So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Infofolge Pokémon GO, denn das nächste Event steht in den Startlöchern. Weiße Odyssee heißt das. Beginnt am Samstag, am Samstag ist auch Sea Day, am Samstag wollte die Genaya auch mal einen Tagestrip machen, nochmal nach Meiningen, mal einen Burger testen, den Skorpion Burger, weil wir gesagt haben, der schmeckt so gut. Sie wollten ihn auch mal sich angucken, wir werden zusammen dann den Sea Day auch, den Baut Sea Day spielen. Wir haben ja leider nur eine Stunde, die wir immer machen. Sie macht vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, was gibt es aber jetzt für euch Neues? Denn am Samstag fängt eben auch das Weiße Odyssee Event an. Bereitet euch auf das Debüt der Zwielichtform von Wolverog beim Event Weiße Odyssee vor. Und das ist cool, denn so viele Leute haben schon immer gefragt, wie bekommt man denn die Zwielichtform? Was ist die Zwielichtform? Wann gibt es die Zwielichtform? Gibt es schon die Zwielichtform? Was ist überhaupt ein Wolverog? Was ist Wuffels? Was ist Pokémon GO? Wer bin ich? Das sind immer dieselben Fragen, die von den gefühlselben Leuten kommen. Hier steht dabei, ab diesem Event können manche Wuffels, die von Trainern ausgebrütet oder gefangen werden, zu Wolverog in der Zwielichtform entwickelt werden. Manche, nicht alle. Wuffels gibt es an sich ja nicht wild. Vielleicht aus dem täglichen Abenteuerrauch, vielleicht kann da Wuffels drin sein. Bestimmt sogar. Ich glaube, ich habe schon mal gehört, dass Leute da einen gefangen haben. Wenn ihr schon mal einen Wuffels aus dem Abenteuerrauch hattet, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten ist es ja ein Pokémon, was eher so in den Eineraids rumhaust oder eben aus Eiern ausgebrütet wird. Meistens auch 10 Kilometer Eier und so Zeug. Und wild beim Event? Nein. Kann ich jetzt schon vorweg sagen, es gibt keine wilden. Was dazu kommt, ihr könnt nicht auf alte Wuffels, die ihr habt, die Zwielichtform dann anwenden. Was schade ist, manche Leute haben sich ja vielleicht ein Hunderter aufgehoben, weil sie die Zwielichtform dann entwickeln wollten oder ein Shiny. Das heißt, wenn ihr damals drei, vier, fünf Shinys bekommen habt, habt ihr gesagt, perfekt, wenn die Zwielichtform kommt, habe ich die dann auch gleich noch, kann das machen, wird so wohl nicht gehen. Ob das in Zukunft geht, weiß ich nicht. Ihr müsst also ein neues, ein frisches Wuffels bekommen. Und das kann dann vielleicht, manche, in die Zwielichtform entwickelt werden, wenn ihr natürlich sowieso ein Shiny jetzt brütet. Dann habt ihr den Checkboard gezogen und könnt das entwickeln. Bin ich mal gespannt, wer das erste Wolverog in der Zwielichtform dann hat. Samstag, 6. Januar, 10 Uhr, bis Mittwoch, 10. Januar, 20 Uhr. Hier steht es nochmal dabei. Ab dem Event, bla bla bla. Okay, okay, okay. Die Spezialforschung, zeitlose Reisen geht weiter. Das ist die Forschung, die über die ganze Season verteilt ist, die nach kurz zwei, drei Seiten nicht mehr weitergeht. Die Leute immer warten. Ich auch gar nicht weiß, was am Ende da rauskommt. Vielleicht ja auf dem Titelbild ist hier dieser Shenlong-Drache drauf. Vielleicht gibt es den am Ende. Ist das ein mysteriöses? Wie heißt der überhaupt? Schreibt es in die Kommentare. Aus solchen Season-Forschungen gab es ja damals auch Cosmog, den man dann auch zu Lunala, Solgaleo entwickeln konnte. Das war auf jeden Fall immer was Besonderes und meistens halt mit irgendwelchen mysteriösen Pokémon behaftet. Ab Beginn dieses Events findet Teil 2 der Forschung statt. Dabei könnt ihr Aufgaben erledigen, um Items, EP und Staub zu verdienen und einem Wuffels zu begegnen. Ist das vielleicht jetzt schon das Beste, dass man in der Forschung sowieso einen Wuffels bekommt und dieses Wuffels aus der Forschung garantiert entwickeln kann zur Zwielichtform, fände ich gut und nicht, dass das nicht entwickelbar ist und ihr vielleicht raiden oder brüten oder andere Sachen machen müsst. Weil das wäre ja dann für jeden auf jeden Fall gut erschwinglich, ohne großartig jetzt auf Eierjagd zu gehen und dann wieder Unmengen Geld rauszuschleudern. Eventboni. Der Kumpel bringt mehr Souvenirs, also häufiger Souvenirs. Ich hatte die ganze Zeit eine Aufgabe, 10 Souvenirs zu bekommen. Jetzt habe ich die fertig, es hat ewig gedauert. Jetzt könnt ihr häufiger Souvenirs erhalten vom Kumpel. Ihr könnt mehr Geschenke erhalten vom Kumpel. Also der bringt euch häufiger Geschenke, weil er meistens so ein paar Tränke sind oder irgendwas. Der Kumpel erscheint länger auf der Karte, wenn ihr ihn mit Beeren oder Knuspen füttert und aus Eiern ausgebrütete Wuffels, die ihr während des Pokémon Go zeitlose reisen. Events aus Abenteuer-Sink-Belohnungen erhaltet, können zur Zwielichtform von Wolverog entwickelt werden. Also die Abenteuer-Sink-Eier. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mal lauft 25 Kilometer, lauft 50 Kilometer, lauft 100 Kilometer in der Woche und dann kriegt ihr da diese Abenteuer-Sink-Belohnung, wo Wuffels in den 10 Kilometer-Eiern drin ist, ist dann, wenn da ein Wuffels drin ist, ist es auf jeden Fall entwickelbar. Da brauchst du aber auch Glück. Erstmal musst du das erreichen, dann musst du Platz haben, dass du dann ein Ei kriegst, wenn du unten alles voll hast, kriegst du ja gar keins. Dann musst du Glück haben, dass ein Wuffels drin ist, weil ich denke nicht, dass sie dann nur Wuffels reinmachen. Ich denke mal schon, dass die anderen Sachen auch drin sind und Wuffels halt dann eben entwickelbar ist, aber du es erstmal bekommen musst zu dem Zeitraum. Ansonsten viel halt hier mit Buddies. Wilde Pokémon. Wir haben Nebulak, Eboli, Weberrak, Sonnenkern, Teddyursa, Lunarstein, Sonnenfell, Mangunior, Imantis, Bubunkus und hier eben noch Psyllana nach Tara. Ich für mich, für meinen Account, jetzt für den Habanero, finde am interessantesten wahrscheinlich Nebulak. Nebulak, wegen Gengar, Mega-Gengar, XL-Bonbons, Level 50 mal ziehen, vielleicht ein Hunderter abstauben, sonst Nebuli ist niedlich, aber der Rest ist vielleicht jetzt nicht so interessant. Wer Lunarstein, Sonnenfell, wem da noch was fehlt, weil die auch mal regional waren. Und ja, Psyllana nach Tara. Finde ich jetzt von den Spawns her alles insgesamt nicht so krass. Mein Highlight ist Nebulak und das sagt schon alles. Was findet ihr da gut? Schreibt es rein. Teddyursa, wenn ihr noch Ursaring braucht, aber das kannst du ja auch wieder nicht entwickeln. Also Ursaluna, genau Ursaluna, Bubunkus, ist das ein Pokémon, was mehr Staub bringt? Ich bin mir gerade unsicher, aber irgendwie hatte ich das auf dem Schirm, dass manche gesagt haben, dass das cool ist und dass das wichtig ist. Ansonsten ist alles hier als Shiny verfügbar, so wie es aussieht. Ja, das passt. Es gibt Raid-Kämpfe in Stufe 1. Habt ihr dann Hisui Fukano, Rihorn, Hisui Sneebel und Buffels. Hier steht jetzt leider nichts dran von mitentwickelbar. Das heißt, selbst wenn ihr Wuffels raidet, werden diese Raid-Wuffels wohl nicht entwickelbar sein. Ihr könnt nur Wuffels an sich halt raiden. Raids der Stufe 3. Labras, Aerodactyl, Hisui, Waschakvil, Damitier. Was ist da interessant? Rihorn ist eigentlich immer interessant und cool. Hisui Sneebel feiern viele Leute. Labras war mein Liebling damals, aber als Eisangreifer auch nicht mehr so wichtig. Waschakvil, Damitier, hatten beide ihre Raid-Days. Wer den verpasst hat, kann vielleicht noch auf Damitier jagen. Eine Aerodactyl. Hat auch mega Entwicklung. Ist auf jeden Fall interessant. Wäre jetzt aber nichts dabei, was ich unbedingt bräuchte, außer falls ich mal wieder in den Fünfern nichts finde und dann irgendwas machen muss, würde ich vielleicht mal auch auf eine Aerodactyl-Raid gehen oder auf ein Labras-Raid. Hisui Waschakvil habe ich kein Raid-Day gehabt. Damals auf dem Account wäre also auch noch was für die Medaille. Eier. Bei Eiern sieht es jetzt anders aus. Denn hier steht, die folgenden Pokémon schlüpfen aus 2 und 7 Kilometer Eiern zusätzlich zu den Pokémon, die regulär aus diesen Eiern schlüpfen, Wuffels. Ihr könnt also Wuffels aus 7 Kilometer Eiern brüten und aus 2 Kilometer Eiern. Ihr müsst nicht unbedingt die Abenteuer-Sink-Belohnung abstauben kriegen für das Wuffels, wo es garantiert entwickelbar ist. Ihr könnt auch ein 2 Kilometer Ei brüten und ein Wuffels bekommen, aber es ist halt nicht nur Wuffels drin, es sind auch noch andere drin. Und dann habt ihr den wichtigen Satz, aus 2 und 7 Kilometer Eiern ausgebrütete Wuffels können zur Zwielichtform von Wolverock entwickelt werden. Können. Also ist das jetzt trotzdem garantiert, sobald du eins brütest, kriegst du das. Egal ob aus 2, 7 oder 10 Feldforschungsaufgaben, ist auch wieder Wuffels dabei. Hier steht, manche Wuffels können zur Wolverock in der Zwielichtform entwickelt werden. Also aus den Feldforschungsaufgaben kann Wuffels kommen und dieses Wuffels kann entwickelbar sein, manche, aber manche eben auch nicht. Das ist wieder viel zu kompliziert. Das heißt, Brüden ist wohl garantiert, Raid ist wohl gar nichts, gar nicht möglich, Feldforschungsaufgaben können möglich sein. Ansonsten habt ihr auch Hisui Fucano, Hisui Sneebel und Wuffels da eben drin. Also kein Wild, keine Raids, Brüden, Garantiert, Feldforschungsaufgaben, wenn du Glück hast, dass das entwickelbar ist. Dann gibt es wieder Bundles im Webstore, Eventboxen. Hier steht jetzt leider nichts da von Showcases, was ich schade finde. Hätten sie doch Wuffels Showcase machen können während des Events. Aber natürlich an dem Samstag ist ja auch Showcase dann wahrscheinlich mit Bouts, vielleicht überschneidet sich das und das haben sie dann weggelassen, aber man hätte ja ab Sonntag Showcase machen können mit Wuffels. Entweder fehlt es oder es gibt halt nichts. So, für mich, da das ja kein neuer Pokédex-Eintrag ist, sondern nur eine andere Form, interessiert mich die Zwielichtform eigentlich gar nicht und ich habe bei dem Event gefühlt eigentlich nichts, was mich so richtig abholt. Free to Play, Nebulak Beste, das ist meine Devise, mehr brauche ich da nicht. Für euch die Sammler, die würden sich natürlich wieder ein Glücks-Zwielicht, Wuffels gönnen, Shiny-Zwielicht, Wuffels gönnen, Hunderter-Zwielicht, Wuffels gönnen, alles was es so gibt. Schreibt mal rein, wie ihr das Event findet, wie ihr da Bock habt und da heute eigentlich Raider Mittwoch gekommen wäre, aber durch die zwei Infovideos, das auf morgen verschoben wird, sehen wir uns dann morgen bei Raider Mittwoch am Donnerstag und dann habe ich noch den Mega-Ampferos, Community-Raid hat man noch und ich wollte noch Mosquito-Voltriant machen und dann habe ich noch die Forschung hier gekriegt von Marco Feddex, also die Woche ist mal wieder total voll gepfropft, plus Seaday, plus alles andere. Das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis ihr den Peace out vorhaut, euer Ramses. Wie findet ihr das Event? Schreibt es rein und checkt hier Mosquito ab, unser Kanal-Maskottchen, zack, Sekrom ist weg, Mosquito ist da, dafür habt ihr abgestimmt. Ciao.